Robomov Mähroboter RX 12U Der Rasenmähroboter Robomov RX 12U mit kleine Flächen mit einer Größe von 150 m² mit hervorragender Präzision eine Besonderheit. Dieses Mähroboters ist die Schnellstart-Taste, die eine bequeme und schnelle Aktivierung sowie das Stoppen des Roboters ermöglicht der RX 12U, arbeitet absolut selbstständig und fährt auch bei zu niedrigem Akkustand sowie nach Beendigung des Mähvorgangs zu seiner Ladestation zurück. Er verfügt über einen leistungsstarken Bleisäure-Akku und ist zudem besonders sparsam, da er nur im Monat verbraucht. Mit nur 64 Dezibel ist er zudem angenehm leise und stört. Somit Nicht-Lieferumfang, Mähroboter Robomov RX 12, Ladestation, Stromkabel, 70 m Begrenzungskap, L-100 Haken, 1 Anschlussklemme, 1 Verbinder für Kabelreparaturen und die Bedienungsanleitung. Danke fürs Zuschauen. Jake. Guten Tag. Na lord, was du están? Ich hatte Lust, danke. Du hast Untertitelung im Auftrag des W Buddhism. Ein weiterer Ölgeschauthent wie D outset Bruch, ist La Verschöpitz, wird解quentziplin. Ja, bleib dich uns. Schöns seit dem Gestromeierijford.